Das ist bestimmt lustig. Seine Gegner niederzuschneitzeln. Ah, das werden wir noch früh genug. Keine Sorge, Leute. Oh, ein Bettderber. Die Dörber kommen wahrscheinlich nicht mehr zurecht, weil die mag wohl keine Wehrwölfe. Die sieht er vorher nicht so gut, weil er toll an. Ach nein. Rewolfsköpfe. Mach keine Sorge. Ja, die kann ich auch riechen. Glaub ich. Ich weiß es nicht. Ich wollte euch doch noch beklauen, bevor ich gegen euch kämpfe. Arschlöcher. Nicht mal klauen darf man hier mehr. Ohne, dass das einem übel genommen wird. Angebaut in der Schlachterfisch. Okay. Wie, was? Hier verspäht man doch an dem Weg. Guck mal, was in der Truhe ist. Wieder 45 Gold. Gold, gold, gold. Hier lang geht's. Offensichtlich. Okay, von der anderen Seite verschlossen. Das heißt, wir müssen hier lang. Von unseren armen, toten Wehrwölfbrüdern vorbei. Finde ich ja auch. Aber wo ist hier weiter? Da vorne ist noch eine Tür. Dann nehmen wir doch die. Aber komm, diese ganzen Skiver eigentlich. Warum hat man die überall in jeder Burg? Sind das jetzt die Retten von Damriel? Äh, von Skyrim oder was? Skiver. Ich weiß, dass wenn ich da drauf trete, dass das böse Auer macht. Aber nicht mit mir. Komm schon. Nö, ich bezahle nicht. Du bezahlst. Oder doch, ich bezahle. Ich bezahle. Ich bin nicht bezahlen. Zaubertränke, Heiltrank. Komm, wo ist hier ein Heiltrank? Nur einer ist ein bisschen wenig. Echt nur noch eine? Auf Heier. Alles klar. Komm schon. Solltest du. Habe ich nicht noch heilen? Doppelte Heilung. Und dann machen wir mal den Bogenbrüste. Da. Nee, kannst du nicht. Also feiner Kanten, Mädel. Uns kann man nicht besiegen. Der Heiltrank nimmt mal mit. Die 38 Gold nehmen wir auch gerne mit. Und dann wollen wir mal gucken, wie es weitergeht. Gut. Nimm noch den Fall, dann bist du tot. Aber das ist ja noch einer. Komm, Wolf, töte ihn. Ich bin auch ein halber Wolf jetzt. Es sind jetzt sowas wie Brüder. Könnte man so sagen. Oder auch nicht. Aber man könnte es schon. Wenn man wollte. Ich muss doch gerade was nachgucken. Aha, okay. Gut, dann geht's weiter. Ich muss ja nur nachgucken, wie lange ich schon aufnehme. Muss ich immer im Auge behalten. Also ich muss nicht, aber ich will. Die Feinde in mir sind... Wo sind denn die Feinde in mir? Ach, jetzt leckt's hier wieder. Ich hasse, Lecks. Ich weiß nicht, woher die Lecks kommen manchmal. Ups. Ups, sorry. Ach, komm. Ich will mal gucken, ob ich das jetzt kann. Ich glaube nicht, aber... Doch, kann ich. Ja, Mann. Komm, lass mich durch. Komm hier, lass mich dich fressen. Wo ist der andere hin? Da. Kann ich dich fressen oder so? Näher. Haha. Das ist die Macht eines Wehrwulfes, Bitch. Ich bin auch wo einer. Ein überlebender Silberhändler. Also wo einer von der Silberhandel ist ein Silberhändler. Ihr wisst, was ich meine. Du versteckst dich vor mir, du Penner. Du versteckst dich vor mir, Alter, wie schön blutig das ist. Na, ob das schön ist, ist eine Geschmacksfrage, aber... Ihr wisst doch nicht, was ich meine. Ja, muss nur wissen, ob ich da weiter muss. Wahrscheinlich, ne? Kann ich mich auch zurückverwandeln? Kann ich mich zurückverwandeln? Ich glaube, ich muss mich nämlich zurückverwandeln, um hier weiterzukommen. Wir sind fast da. Vorsicht. Ihr Anführer ist äußerst verschlagen. Sie nennen sie die Hautabzieherin. Ich... Ich töte euch alle. Nein, ich hab dich gespeichert, ich trottel. Oh Gott, wann hab ich zuletzt gespeichert? Oh nein, bitte nicht. Oh nein, bitte nicht. Wann hab ich denn zuletzt gespeichert? Oh, ich bin so blöd. Tja, das kommt vorhin, ne? Ja, dann müssen wir das jetzt alles wiederholen. Tut mir leid, Leute. Daran hab ich jetzt nicht gedacht. Oh nein. Ach nein, das darf ich jetzt alles nochmal neu machen. Verdammt. Was hab ich getan? Oh Gott, sorry. Ja, dann muss ich das jetzt nachspielen und wir sehen uns nachher wieder. Äh, bis dann. Ciao. Willkommen zurück. Äh, hier sind wir wieder in dem... in der Burg. Ihr lasst mich mal wieder nicht durch. Und wir werden... Äh, wir werden dann hier weitermachen können. Ach. Wir haben andere Sorgen. Hier wird's zwar gespeichert und ich hoffe, das passiert nicht nochmal. Aber ja. Ah, nein. Ich wollte eigentlich... das hier machen. erst mal daneben schlagen, das ist sehr wichtig. Platsch. Entschuldigung. Ja. Tut mir leid. Das war nicht meine Absicht. Äh, sonst hab ich eigentlich alles wieder hergestellt, was so war. Die kann ich trotzdem wegnehmen. Ich weiß da jetzt echt nicht, äh, wie lange ich jetzt aufnehme. Und das spielt auch keine Rolle. Ich weiß nur so lange auf, bis ich keinen Bock mehr hab. Kann früher sein, das kann auch später sein, das ist ja für euch egal. des Entleerens. Hört sich ja auch total falsch an. Nach der Axt musst du dich entleeren. Lass mich Ruhe, du blöde Skiveratte. Na, nichts von Wert für uns. Können wir dann vorbei? Komm, kämpfe. Aber kämpfe fair. Nicht von hinten. Greif mich da nicht von hinten an, du Bastard. Jung, du nervst mich gerade. Erst mal alles aufsammeln. Ich zieh euch Ich zieh euch bei spendigem Leib aus, aus. Abfuß! Ihr habt gewusst. Ach, klar. Schlachtet ihr uns erst mal ab. Na ja, wenigstens hab ich gespeichert diesmal. Zwar hier, aber besser als nichts. Du bist. schüt. wir Friends.